Kapitel 9 Der Schlüssel zum Frieden Die beiden Brüder verließen die Hütte des Dorfvorstehers, auch wenn zwischen ihnen nun eine gewisse Anspannung herrschte. Der Streit über ihren eigenen Vater hatte Spuren hinterlassen, gerade da soll der festen Überzeugung war, dass sein Bruder die Ansicht über das Akani als gemeinsames Vorbild teilte. Aber so tief der Streit auch saß, fürs Erste mussten sie miteinander klarkommen, nun wo sie den Vulkan erst in ein paar Tagen verlassen konnten. Also folgten sie dem Weg, direkt neben Gewaldrus' Hütte, so wie er ihr angewiesen hatte, damit sie möglichst schnell den Smaragd-Schlüssel in den Händen hielten. Die Ströme der Lava wurden mehr, als die Brüder diesem Pfad folgten und so der Spitze näher kamen. Diese Gegend war wohl selbst für die abgehärteten Pflanzen-Pokémon dieses Dorfes zu viel. Jedoch sah Flamme bereits ein einzelnes Steingebilde weiter oben am Pfad. Ein Pokémon gab es hier eindeutig doch, welches selbst am Krater zurecht kam. Und für einen Schmied wäre dies wohl auch die beste Lage. Auch wenn sich das Wohlpix immer noch unsicher war, wie man ein Forstkristall überhaupt genau schmiedete. Er wickte nicht, als könnte er schmelzen. Und dann auch noch einen Schlüssel. Aber dies war immerhin ein Teil der Reise, um den nicht er sich kümmern musste. Dafür war er ja schließlich an diesen Ort gekommen. Eine Tür schien die Schmiede nicht einmal zu haben. Doch zu sehen war trotzdem kein Pokémon. Kurz überlegte Flamme, ob er an den Stein klopfen und auf eine Antwort warten sollte. Allerdings entschied er sich, seine Zeiten nicht zu verschwenden, sondern trat einfach ein. Sein Bruder schien damit nicht einverstanden, denn er warf Flamme einen unfreundlichen Blick zu und klopfte selber. Das Wohlpix ignorierte dies und schritt voran. Hallo? Jemand zu Hause? Jemand hier? Als Antwort ertönten laute metallische Geräusche unterhalb einer Treppe im Boden. Moment, ich bin in einer Sekunde bei dir. Der Lärm wurde nur lauter, bevor er nach Sekunden endlich verstummte und ein Gesicht sich unten an der Treppe zeigte. Erneut war es eine Spezies, welche Flamme nicht im Ansatz bekannt war. Aber dieses Etwas sah nicht einmal aus, als würde es in dieses Dorf gehören. Komm einfach runter! Mit einem kurzen Blick deutete Flamme seinem Bruder an, dass er nun auch seine Scheu überwinden solle und ihm folgen könnte. Als der Assa wählte, so die Treppe hinabstieg, schien die Temperaturen noch ein weiteres Mal zu steigen, als wäre sie nicht hoch genug. Am unteren Ende der Treppe erstreckte sich ein großer, unterirdischer Raum, in welchem große Steinkessel voller kochender Lava standen, welche aus der Wand, also dem Vulkan selber, hineinfloss. Der Schmied beäugte die beiden Brüder neugierig, als sie die Schmiede selbst erreichten. Das Pokémon selber war orange, mit einem helleren Bauch und zwei Schweifen, die ebenfalls heller waren. Zudem trug er ein seltsames gelbes Konstrukt um sich, welches Teil seines Körpers zu sein schien. Anders als die metallische Maske, welche er sich vom Gesicht auf den Kopf geschoben hatte. Feuer-Pokémon, die ihre habe ich nicht oft und damit meine ich genau einmal vorher, als Galoppa mich aufgesucht hat. Ihr kommt doch nicht von hier, oder? Nein, tun wir nicht. Aber es beruht sowieso auf Gegenseitigkeit. Du siehst auch nicht wie ein Pflanzen-Pokémon aus. Wieder einmal schien soll die rauhe Art seines Bruders nicht gut zu heißen. Aber der Angesprochene wirkte wenig angegriffen. Stattdessen lachte er kurz auf. Gewaldro mag ich, das weiß ich jetzt schon. Und irgendwo hast du ja recht. Ich bin ein Wasser-Pokémon, aber ich komme genauso hier aus dem Dorf wie all die Pflanzen-Pokémon. Frag mich nicht wie, meine Eltern waren auch keine Wasser-Pokémon. Aber egal, ich bin der Dorfschmied Bojelin. Aber kein Arsch nennt mich so, also bleibt auch ihr bei Bo. Was bringt euch her? Muss ja was Besonderes sein, dass euch Gewaldro hier nicht gleich rausgeschmissen hat. Oder bist du ihm so sympathisch geworden, Wulpix? Ich heiße Flamme, nicht Wulpix. Und das Fulcano ist Soll. Gewaldro hätte uns gerne genug rausgeschmissen. Aber das hat er sich wohl nicht getraut. Ich habe ein Forstkristall und brauche einen Smaragd-Schlüssel. Uns wurde gesagt, dass du der richtige Ansprechpartner wärst. Die erste Reaktion des Schmieds schien eher zu zeigen, dass er nicht der richtige Ansprechpartner wäre. Ein Forstkristall. Ach du meine Fresse, wie soll ich denn das machen? Zum Arsch, damit habe ich doch nie was gemacht in meinen Jarnier. Ich dachte, Terrus gibt die Dinger nicht mehr aus. Verständlicherweise beunruhigte Soll diese Aussage ziemlich. Heißt das, dass du uns nicht helfen kannst? Boah, war zwar panisch. Konnte aber trotzdem das Fulcano beruhigen. Keine Sorge, lass mich nur erst Panik schieben. Hat den Grund, dass ihr her solltet. Die Dorfschmiede hier im Ort geben seit vielen Generationen die Anleitung weiter. Musst die nur kurz raussuchen, nachdem ich mit dem Kollabieren fertig bin. Lass mir den Kristall da unten kommen. Sagen wir übermorgen wieder. Dann habt nicht euren Schlüssel. Kurz blickte Sollflamme fragend an. Doch dieser legte seinen Edelstein einfach ab. Der Schmied war das erste Pokémon in diesem Dorf, welches ihm tatsächlich sympathisch war. Also ging das Wulpix schlicht wieder und hinterließ das Wasser Pokémon mit seiner Panik. Nach kurzen Zögern folgte auch Soll, welcher seinen Bruder auch direkt nach dem Austritt aus der Schmiede befragte. Meinst du wirklich, dass es eine gute Idee ist, dem Kerl ein Forstkristall dazulassen? Er wirkt nicht allzu kompetent, wenn man es mal so sagen will. Und ich glaube nicht, dass es einfach ist, einen Smaragd-Schlüssel zu schmieden. Wenn du der Meinung bist, dann mach selber. Glaubst du nicht, dass es dich im ersten Moment überfordern würde, so eine Anweisung zu bekommen? Boah, ist dich nur nicht zu schade, um zu zeigen, dass er damit nicht viel Erfahrung hat. Für mich ist das nicht inkompetent, sondern ehrlich. Und wie gesagt, wenn du nicht willst, dass er das macht, schlag mir eine Alternative vor. Wir wurden nicht aus Spaß ins Dorf geschickt. Es gab aus offensichtlichen Gründen nichts, was Soll einwenden konnte. Jedoch wirkte er immer noch lange nicht überzeugt. Trotzdem glaube ich nicht wirklich, dass dieser Kerl wirklich etwas zustande bekommt. Dann beschwer dich nicht, sondern wart ab. Dann wirst du schon sehen, was er hinbekommt und was nicht. Also, ein Satz Xenia sollten wir aufsuchen, meinte Gewaldro. Du hast nicht zufällig eine Ahnung, was für ein Pokémon das ist? Mit dieser Frage hatte Flamme dem neuen Streit sofort beigelegt, da es nun ein größeres Problem gab, um welches sich das Duo kümmern sollte. Beide kannten im Prinzip keine Pokémon außerhalb ihres Dorfes. Schon gar keine Pflanzen-Pokémon. Woher denn? Dann müssen wir wohl nachfragen. So groß ist das Dorf ja nicht. Es kann ja nicht lange dauern. Zu lange für Flamme. Aber diesen Gedanken sprach er nicht aus. Alleine deshalb, weil es nichts nützen würde. Eine bessere Idee hatte er nicht. Und anders als sein Bruder, wusste er sich in diesem Fall nicht zu beschweren. Deswegen folgte er dem Fulkanu einfach, als er den Vulkan wieder herabstieg. Nun, einmal. Sollten sich die Dinge für das Duo tatsächlich als simpel herausstellen. Denn kaum erreichte das Duo den Platz, auf welchem sie angekommen waren, kam ihnen ein seltsames Wesen entgegen. Ein schwebendes Pokémon mit riesigem Maul. Groß und gelb. Ihr zwei seid diese Feuer-Pokémon, richtig? Antwortet nicht, es ist offensichtlich. Vorsteher Gewaldroh hat mir aufgegeben, euch beiden eine leere Hütte zuzuweisen. Also folgt mir. Nun, etwas Hilfe würde der Auserwählte bestimmt nicht ablehnen. Ohne zu zögern, folgten er und sein Bruder der Pflanze bis zu einer weiteren Steinstruktur, die nicht zu unterschiedlich war zu jener, welche Gewaldroh bewohnte. Im Inneren war dieses Haus sehr leer. Nur etwas Stroh in zwei Haufen und ein Gitterfenster zeigten sich. Warum genau ist das Fenster vergittert? Ich erinnere mich nicht daran, dass das bei Gewaldroh genauso war. Der gefängnisartige Anblick. Mach dir das junge Wulpix etwas misstrauisch. Jedoch ohne wirklichen Grund. Dann hast du dort nicht hingeguckt. Gitter sind für uns vonnöten, damit im Falle eines Kleinsteinschlages die Häuser von innen nicht beschädigt werden. Von außen sind sie alle ohnehin sicher. Außerdem würde Glas in der Hochsaison schmelzen. Fenster sind keine Option für uns. Aber Stroh schon? In diesem Zusammenhang sah nun selbst Soll ein Problem. Auf diese Nachfrage hin, wirkte Sazenia jedoch beinahe beleidigt. Was denkt ihr Feuer-Pokémon bitte von uns? Wir leben am Vulkan, weil wir die Flammen beherrschen. Terus schenkte uns diese Gabe. Wir kontrollieren die Flammen. Und kennen die Pflanzen. Nur die Hitze liegt außerhalb unserer Kontrolle. Eigentlich hätte Flamme gerne noch etwas erwidert. Allerdings wollte er sich das Leben nicht durch einen unnötigen Streit schwerer machen. Stattdessen ließ er das Ganze wortlos stehen und legte sich einfach auf einem der Heuhaufen nieder. Nach einem kurzen Blick entschied sich Sazenia, den Raum ohne weitere Worte zu verlassen und ließ die Tür hinter sich zufallen. Und was machen wir jetzt? Verwirrt blickte Flamme auf, der es sich inzwischen bequem gemacht hatte. Was sollen wir denn bitte machen? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber nach dem ganzen Vulkan auf und abrennen, debattieren und Zeug organisieren, will ich jetzt schlafen. Und morgen werden wir, denke ich, erst einmal herausfinden müssen, woher wir Nahrung bekommen. Dieses Mal war Sol auch einverstanden mit dem Ansatz seines Bruders. Und legte sich selber nieder, bis beide schon bald abdrifteten. Der nächste Morgen brach bald an und die Sonne strahlte bereits in den steinern Raum, als Flamme die Augen aufschlug. Er hatte zwar nicht toll geschlafen, aber zumindest besser als die Nächte zuvor im Freien. Deswegen fühlte er sich ausnahmsweise bei etwas besserer Laune als gewöhnlich. Er sah, dass sein Bruder noch fest am Schlafen war und entschied sich, ihm einen Gefallen zu tun und sich schon einmal auf die Suche nach Frühstück zu machen. Und damit endete auch schon jeder Teil des Tages, welcher für Flamme gut war. Denn als er schlicht das Haus verlassen wollte, scheiterte er an der metallischen Tür. Klemmte das Ding, hatten die Bewohner dieses Dorfes die Türen anders gebaut als bei sich. Niemand hatte dem Wulpix erklärt, wie man mit den Dingern umging. Aber eigentlich sollte es doch auch nicht so schwierig sein, oder? Nun, wie die Stimme, welche von draußen erklang, klar machte. Es war genauso schwierig, wie es sein sollte. Mach dir keine Arbeit, Mon. Sie ist verschlossen. Die Stimme gehörte Reptane, das erkannte Flamme. Dann hilf mir mal und schließ sie auf. Ich hab Hunger. Ich befürchte, du interpretierst da etwas falsch. Die Tür soll geschlossen sein und bleibt es auch. Nahrung wird euch später zur Verfügung gestellt. Langsam begann das Wulpix zu verstehen. Was soll das auf einmal? Lasst uns raus, verdammt. Du hast kein Recht, uns einzusperren. Gewaldro hat uns versprochen, dass wir hier gut behandelt werden. Nun, er hat eure Gefangennahme gefordert. Ihr werdet gut behandelt werden, aber als Gefangene. Auch Sol schien zu erwachen, als Flamme lauter wurde. Wir sind von Terrus geschickt worden. Ihr habt kein Recht, uns gefangen zu halten. Ihr verstoßt gegen die Regeln des Weltengeistes selber. So tat es euer Vater. Terrus wird uns nicht strafen dafür, dass wir endlich Frieden wollen. Flamme glaubte, seinen Ohren nicht trauen zu können. Frieden? Denkt ihr wirklich, es wäre ein Zeichen von Frieden? Die Söhne der stellvertretenden Dorfvorsteherin als Gefangene zu nehmen. Ihr bringt einen neuen Krieg hervor. Nein. Überrascht stellte das Wulpix fest, dass nun die Stimme des hiesigen Dorfvorstehers erklagen. Es tut mir leid, ihr beiden, aber ich benötige euch hier. Ihr seid unser Schlüssel zum Frieden. Jelia will nichts anderes. Kamerub da auch nicht. Aber Sarkid will Blut sehen. Ihr beiden seid das beste Druckmittel. Was wir je haben könnten. Wenn ihr hier auftaucht und uns Frieden verspricht, dann seid ihr frei. Wir haben bereits einen Boten geschickt. Es wird nur wenige Tage kosten. Ich entschuldige mich von Herzen für die Unabnehmlichkeiten. Und ich verspreche euch, dass es euch so gut gehen soll. Wie es dem Gefängnis nach nur möglich ist. Dein Plan ist fehlerhaft, Gewaltroh. Was, wenn Sarkid sein Versprechen nicht gibt? Du denkst wirklich, seine Familie wäre ihm wichtiger als sein Stolz? Aber... Wenn selbst das nicht, dann ist alles verloren. Aber ich muss hoffen, dass ihr beiden unser Schlüssel zum Frieden seid. Willi und Sprecher atstory Vielen Dank.